Es tut mir leid, Luna, wir hatten so viel schöne Zeit miteinander, aber du hast dich wacker geschlagen, du bist seit Kai bei uns gewesen, doch jetzt heißt es Abschied nehmen, mach's gut. Und wir haben keinen Poké, was wir mitnehmen können, weil alles wäre Species Claws, außer Togepi, aber Togepi habe ich mit Absicht weggelassen. Fuck. Diesmal hat es Team Rocket wirklich zu weit getrieben, mich in einem Kampf mit Levi zu stecken. Das war euer Plan, nicht? Ihr verdammten Mistkerl. Übrigens, er sagt in einem ganz lustigen Text, ein Typ mit rotem Kami kam hierher und hat mich vermöbelt, gleich wenn man ihn besiegt. Verdammt. Dennoch. Scheiße. Luna. Unsere treueste Freundin. Unser ach so schönes X-Bad ist von uns gegangen. Wie konnte das passieren? Ja, Leute, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Anscheinend musste es so kommen. Verdammt. X-Bad und ich wären so ein cooles Team geworden. Wir mit X-Bad. Aber jeder muss anscheinend mal gehen, so auch X-Bad. Luna, unsere treue Freundin. Rest in Peace. War Quacks eigentlich Psycho? Nee. Oh, du Huren. Mach es mir doch nicht noch schwerer. Alter. Alter. Sorry, dass ich gerade ein bisschen spule wieder, aber die haben für mich so unnötig langweilige Pokémon. So, dann fangen wir mal das Rätsel an. Machen wir mal Switch 3 auf. Was uns nichts gebracht hat. Oh. Mann. Jetzt hört mal auf hier, Alter. Okay. Moin, Safe State. Weil wir sind jetzt eh nicht im Kampf, wir müssen eh nur die Switches richtig machen. Da kann ich ja auch Safe State, wenn ich was falsch mache. Okay, dann mach ich mal Switch 3 wieder aus. Aha. Jetzt haben wir hier eine Pforte, die uns einen Scheiß bringt. Dann turnen wir mal Switch 1 off, äh, on. Gewinnen für uns diesen scheiß Pokéball, den Parkball. Ein Parkball. Machen den on, äh, off. Und bisher habe ich keine Ahnung, wie dieses Rätsel gelöst sein soll. Okay, ich habe diese Position safe. Okay, was passiert? Also, es liegt anscheinend am Ersten. Kann das sein? Nee. Ja, Leute, dann weiß ich gerade auch nicht ganz, wie das hier laufen soll. Okay, jetzt ein neuer Gegner. Boah. Alter. Hau doch mal ab, Alter. Ja, genau. Gießen Pflanzen Pokémon, du Honk. Okay, die Position habe ich auf jeden Fall safe. Ich save mal hier oben. Jetzt müssen wir nur dieses eine Tor aufbekommen. Easy. Okay, den Kampf machen wir noch. Mero Wack. Jasper ist ja seit langem gestorben schon. Pumped up. Don't you know? Pump it up. Pump it up. Okay, gut, reicht. Nachdem man so einen Verlust hinnehmen musste, muss man auch ein bisschen wieder Party machen, um von dem Verlust hinweg zu kommen. Ich weiß, es passt nicht, aber... Okay. Was uns hier allerdings erwarten wird, das sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Haut rein. Ciao.